Das heißt, hier wird nicht im Rahmen der Selbstverteidigung wild auf jemanden eingestochen. Hier wird ganz gezielt nach Körperteilen gesucht, die den größtmöglichen Schaden anrichten. Und das ist der Hals, das ist der Kopf. Hat eine ganz andere Konsequenz. Meine lieben Freunde, wir müssen reden. Gestern Abend, während in München das 1 zu 0 von Florian Wirz im Eröffnungsspiegel gegen die Schotten erzielt wurde, kam es in der Plattenbausiedlung in Magdeburg erneut zu einem Messerattentat. Wieder hat ein südländisch aussehender Mann mit Messer auf jemanden eingestochen, hat ihn getötet und ging kurze Zeit später in der Kleingartenanlage auf friedlich feiernde Fußballfans los. Dort hat er mindestens drei Menschen verletzt, zwei davon sehr schwer. Die alarmierte und dann ankommende Polizei wurde ebenfalls von dem Mann mit dem Messer attackiert. Es kam zu einer Auseinandersetzung. Die Polizei hat auf den Messerattentäter geschossen, ihn verletzt. Der Mann starb kurze Zeit später an seinen Schussverletzungen. Das Ganze lässt mich unschlüssig zurück. Auf der einen Seite Feier und Freude über das herausragend tolle Fußballspiel. Die Begeisterung, dass vier Wochen voller Freude und Euphorie auf uns warten. Auf der anderen Seite wieder ein südländisch aussehender Mann, wieder ein Messer, wieder ein Toter. Wieder Polizisten, die durch solche Einsätze traumatisiert werden. Denn das ist eine Textzeile in der Pressemitteilung. Ja, Polizisten haben den Angreifer erschossen. Gut, dass es hier zu einer konsequenten Handlung kam, um weiteren Schaden von den Personen, zum Eigenschutz von anderen Polizisten, aber auch von den anwesenden Feiernden abzuwenden. Auf der anderen Seite, was muss das für einen Menschen bedeuten, der jetzt hier von der Schusswaffe Gebrauch macht und damit für sich selber auch die Entscheidung trifft, ein Leben zu nehmen. Ich glaube, dass auch das zu dramatischen Auswirkungen führt. Auf der einen Seite startet jetzt ein Ermittlungsverfahren. Denn die Polizei muss nachweisen, dass der Gebrauch der Schusswaffe angemessen war. Dass es nicht hätte anders deeskaliert werden können. Es kommt zu diesem Verfahren. Man kann davon ausgehen, dass in diesem Fall der Polizist oder die Polizistin von einem schuldhaften Verhalten freigesprochen wird. Aber dennoch bedeutet es Unannehmlichkeiten. Das nächste ist die Konsequenz, die es mental, die es psychisch hat, zu wissen, dass man die Schusswaffe genutzt hat. Und für viele ist es das erste Mal. Das ist ja nicht so, als dass die wie Cowboys durch die Gegend rennen und jeden Tag von der Schusswaffe Gebrauch machen und Menschen verletzen oder töten. Bei uns in Deutschland sind Messerattentate derzeit aber an der Tagesordnung. Und damit wird es für die Polizei sehr, sehr schwer, mit einer solchen Situation umzugehen. Denn wenn sie auf Streife gehen, tragen sie bestenfalls eine schusssichere Weste, die aber den Halsbereich und auch den Oberschenkelbereich freilässt. Warum ich das erwähne? Nun, das ist eine Situation, mit der ihr euch vertraut machen müsst. Achtet mal drauf. In Mannheim, bei dem Mord an den Polizisten, wurden die Stiche ganz gezielt gegen den Nacken, gegen den Hals, gegen den Kopf geführt, weil hier sehr schnell exponierte Adern getroffen werden können, die sehr schnell zu großem Blutverlust führen und damit zum Tod. Das heißt, hier wird nicht im Rahmen der Selbstverteidigung wild auf jemanden eingestochen. Hier wird ganz gezielt nach Körperteilen gesucht, die den größtmöglichen Schaden anrichten. Und das ist der Hals, das ist der Kopf. Die Oberschenkelverletzung, die ihr auch in Mannheim gehabt habt, hat eine ganz andere Konsequenz. Während man einen Mord und eine Tötungsabsicht unterstellen kann bei Messerattentaten gegen den Hals, ist es so, dass die Oberschenkelarterie eine der größten im menschlichen Körper ist. Und eine Verletzung führt hier sehr oft zu einem sehr schnellen, sehr hohen Blutverlust, somal auch hier die Ersthilfe sehr schwierig ist, da hier ganz schwer abgebunden werden kann. Und daher ist auch die Oberschenkelarterie ein beliebtes Ziel. Was hier dazu kommt, ist, sollte man nach einer solchen Attacke gefasst werden, dann ist das Strafmaß oft ein geringeres, weil es gilt nicht als Tötungs-, sondern nur als Körperverletzungsdelikt. Grausam. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich würde von euch ganz gerne an dieser Stelle wissen, wenn ihr jetzt feiern geht, wenn ihr jetzt auf ein Public Viewing geht, wenn ihr mit Freunden im Garten sitzt und da weht eine deutsche Fahne, ihr tragt ein Deutschland-Trikot und geht durch den Stadtpark, wie fühlt ihr euch? Könnt ihr unbeschwert feiern wie 2006? Könnt ihr so feiern wie 2014? Oder fühlt ihr euch zu Hause in unserem Land, im Lebensraum Deutschland, nicht mehr so wohl? Und ich rede nicht über nachts im Park, nicht über den Girlie-Park in Berlin nachts um halb zwei. Ich rede über Nachmittage oder Abendsituationen mit Freunden. Ich würde das ganz gerne wissen, denn ich möchte wissen, ob es mir nicht nur alleine so geht. Wir bleiben für euch auch an dieser Geschichte natürlich dran. Es wäre spannend herauszubekommen, inwieweit der Mensch, der sein Leben verloren hat, in einer Beziehung zu dem Messerattentäter gestanden hat, oder ob das auch ein Akt der Willkür war. In dem einen wie in dem anderen Fall ist es nicht zu entschuldigen, würde aber vielleicht diese sinnlose Tat zumindest etwas erklärbarer machen. Abschließend noch eine Zahl. Knapp 9000 offizielle Messerdelikte. Straftaten mit Messer in Deutschland. Die Zahlen explodieren. Und das sind die Zahlen ohne Dunkelziffer, denn davon sind alleine auf Nordrhein-Westfalen über 6000 entfallen. Und bei dieser Statistik, die ihr hier seht, wurden Zahlen zusammengeführt, die so schwierig miteinander zu vergleichen sind, weil in manchen Bundesländern werden Messerattentate so gar nicht als eigene Straftat geführt, sondern sie müssen mühsam herausgezogen werden aus der Gesamtanzahl an Körperverletzungsdelikten oder Tötungsdelikten. Also das Messer wird zu einer ernstzunehmenden Bedrohung, nicht nur für unsere Ordnungskräfte, sondern auch für jeden, der sich in Deutschland bewegt oder nur friedlich in seinem eigenen Garten sitzt und da die Fußball-Europameisterschaft feiern will. Ich denke, wir haben hier ein ernstzunehmendes Problem und das kommt nicht von rechts. Das ist die Konsequenz aus einer Migration, die Menschen eigentlich Schutz bieten sollte und die im Zuge der Entwicklung dazu führt, dass Menschen, die anders sozialisiert sind, die einen anderen Zugang zu Gesundheit, Miteinander und sozialem Leben haben, hier unter uns mittlerweile quantitativ einen Kipppunkt erreicht haben, dass die durch sie ausgeübten Straftaten einfach signifikant in Erscheinung treten und nicht mehr wegdiskutiert werden können. Passt auf euch auf. Ciao von now. Euer Chris. Habitat. Lebensraum Deutschland. Klare Kante, weil wir hier zu Hause sind. Auch das war wieder eine Folge aus Habitat. Lebensraum Deutschland. Wenn dir unsere Sichtweise gefällt, dann abonnier jetzt diesen Kanal. Denn wir haben die Augen auf die gerichtet, die die Geschichte von Deutschland im Moment in ihren Händen haben. Wir haben das Ohr auf der Straße und den Finger am Puls der Zeit und zeigen klare Kante, wenn es darum geht, den Lebensraum Deutschland zu bewahren, zu erhalten und zu gestalten. Unser Interesse ist es für dich zu berichten. Deswegen hilf uns. Danke. Habitat. Lebensraum Deutschland. Klare Kante, weil wir hier zu Hause sind.